Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hoffe, ihr hattet schon mal eine inspirierende Nacht hier in Braunschweig und habt hier wieder gut hergefunden, den Kaffee wahrscheinlich auch. Das Wetter haben wir bestellt extra, also von daher und vom Programm her kann ja heute eigentlich nichts schief gehen, da gibt es ja ganz, ganz viele Anregungen. Ich will euch aber kurz ein paar Worte zu unserer Region hier sagen, weil ich habe mir jetzt neulich leider sagen lassen müssen, vom Braunschweig habe ich noch nie etwas gehört vorher. Also von daher, ihr seid hier natürlich im Herzen unserer Republik. Die IG Metall hier, wurde gerade ja schon gesagt, hat hier drei Geschäftsstellen und alle drei Geschäftsstellen zusammen, also Wolfsburg, Salzgitter, Peine, Braunschweig. Wir haben hier ungefähr 140.000 Mitglieder, da sind wir auch sehr stolz drauf. Das ist sehr schön. Wir haben einen Organisationsgrad in vielen Betrieben, der geht so von 97 Prozent, aber leider auch zu 1, 2, 3 Prozent runter. Also wir haben hier eine sehr, sehr große Spannbreite der Betriebe auch. Von den Branchen her, habt ihr sicherlich schon gehört, einen kleinen Automobilkonzern hier ansässig, der auch Standorte in allen drei Geschäftsstellen hat. Wir haben hier aber auch den Stahlbereich in Salzgitter, die sich auch gerade in der Tarifrunde befinden und wo ihr hier die schönen Transparente bewundern könnt und den Kollegen wir natürlich auch viel Erfolg wünschen bei der Durchsetzung. Die legen nämlich immer vor, wisst ihr, die legen vor für die IG Metall und dann gucken wir, weil die hauen es immer raus, das finden wir immer gut. Okay, also Stahl, wir haben aber auch einen großen Maschinenbaubereich hier traditionell, der sich traditionell entwickelt hat und natürlich viele, viele Handwerksbereiche. Und wir haben in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viele Ansiedlungen und Ausgründungen aus der TU hier, IT-Dienstleistungen, Engineering-Dienstleister, die hier auch ansässig sind. Momentane Situation hier ist, gut, wenn man Volkswagen hört, weiß man, dass wir da sehr beschäftigt sind, die Kollegen in den Betrieben vor allen Dingen sehr beschäftigt sind mit der Aufarbeitung der Themen, die sich da aus dem Dieselgate ergeben haben, aktuelle Umweltschutzproblematik, aber auch Umstellung auf Elektromobilität. Wir haben als große Themen in eigentlich allen Betrieben das Thema Digitalisierung. Wir haben Marktmechanismen, die jetzt anfangen zu greifen, wo eine Tendenz läuft, dass es wirtschaftlich sich wieder ein Stück nach unten entwickelt. Wir haben Umstrukturierung, zum Teil massiv. Wir haben Fusionen. Wir haben Effizienzsteigerungsprogramme, unter anderem aus diesen ganzen Entwicklungen, die ich gerade gesagt habe. Und das beschäftigt unsere Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, das beschäftigt uns in den Geschäftsstellen. Wir haben als Hauptthemen, die wir angegangen sind und angehen, Tarifbindung natürlich, Werkverträge begrenzen. Wir versuchen, Leiharbeit möglichst zu vermeiden und wenn wir sie schon in den Betrieben haben, zu übernehmen. Da ist den VW-Kollegen gelungen, wirklich ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, Tausende, kann man schon sagen, in den letzten Jahren jetzt zu übernehmen. Wieder in Normalarbeitsverhältnisse, worauf wir auch sehr stolz sind. Genau. Applaus. Und was wir im Moment feststellen, ist auch durch diese ganzen Sparprogramme, die aufgelegt werden, dass Betriebe versuchen oder Geschäftsleitungen versuchen, die Kondition der Tarifverträge kalt zu drücken. Wie machen sie das? Es wird einfach anders eingruppiert. Leute, die neu in die Betriebe reinkommen, werden, ich mache es mal am Beispiel Engineering, normalerweise würde jemand da in eine Entgeltgruppe 11 gehören. Uns sind Fälle bekannt und gegen die sind wir auch vorgegangen. Da wird versucht, jemanden in die 8 einzugruppieren oder in die 9 und das ist einfach eine Sauerei, Kolleginnen und Kollegen, und da muss man gegen gehen. Und auch in unserem Bereich, der ganz gut organisiert ist, wird es versucht und da müssen wir Abwehrkämpfe führen. Applaus Wir sind natürlich sehr beschäftigt mit auch Themen Leistungsbegrenzung, Personalbemessung, Transformation, eben aufgrund der beschriebenen technischen Themen, machen wir, spielt halt eine sehr, sehr große Rolle und wir versuchen da auch insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus den Office-Bereichen zu sensibilisieren. Wir haben sehr große Office-Bereiche, da sind wir auch nicht so toll organisiert, muss man sagen. Wir haben hier Siemens zum Beispiel, wir haben Volkswagen-Bereiche, wir haben verschiedene große Unternehmen, wo es auch schwierig ist, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen und die zu gewinnen, sich für ihre Interessen einzusetzen. Das versuchen wir und versuchen dort sozusagen auch die Transformation und alle nachgelagerten Prozesse, also in welche Jobs kommt man dann hinzukriegen. So und es ist so, Kolleginnen und Kollegen, auch in den gut organisierten Bereichen kommt nicht die Geschäftsleitung montags morgens und fragt den Betriebsrat, was können wir denn heute wieder den Beschäftigten Gutes tun, sondern auch dort müssen die Kolleginnen und Kollegen sich richtig lang machen und dafür streiten, mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen im Betrieb, dass sie sich organisieren, dass sie Mitglied werden und dass sie mit uns gemeinsam losgehen. Das ist uns gut gelungen, auch in der letzten Tarifrunde. Ihr wisst das, ist ja auch schon gesagt worden, da haben wir einen schönen Tarifvertrag auch hingekriegt. Da wird auch in Arbeitsgruppe 12 morgen nochmal darüber berichtet, wer da Interesse dran hat. Wir haben die Themen, wie wir mit Angestellten ins Gespräch kommen wollen, werden wir morgen in der Arbeitsgruppe 16 nochmal besprechen. Und von daher seid ihr da herzlich eingeladen mitzumachen. Vielleicht noch ein Satz zur Mitgliederentwicklung bei uns auch, weil uns allen geht es ja auch darum, die Leute zu gewinnen. Wir haben in den Geschäftsstellen im letzten Jahr über 4000 neue Mitglieder gewinnen können, die sich uns angeschlossen haben. Das ist wirklich ein sehr guter Erfolg. Und das war nicht nur Volkswagen, wo man immer meint, dass das mal so im Spaziergang ist. Erstens ist es nicht im Spaziergang, sondern die müssen sich auch lang machen, die Kollegen. Aber es war auch eben Maschinenbau, Stahl, Handwerk und so weiter. Ja, unser oberstes Ziel ist natürlich, Arbeitsplätze zu sichern, Ausbildungsplätze zu sichern, weil die gehen jetzt auch gerade die Zahlen zurück. Die Betriebe wollen keine mehr anbieten oder nicht mehr in dem Umfang. Wir wollen gute Arbeit, sicher und fair. Wir kooperieren hier sehr gut mit den Gewerkschaften am Ort, mit Verdi, mit der GW, mit der NGG, also alle, die wir hier sozusagen vor Ort haben, die da aktiv sind, weil wir wissen, gemeinsam geht es besser. Und wir fordern auch die Politik hier vor Ort, auch bei der Politik ein, uns zu unterstützen, und zwar querbeet über alle Parteien. Und das läuft überwiegend gut. Ja, wir freuen uns, diese Konferenz hier zu haben, haben uns sehr gefreut, dass wir angesprochen worden sind. Wir freuen uns weiter auf intensive, produktive Diskussionen, interessante Anregungen, die wir hier gemeinsam kriegen können, wie wir noch besser und mit großer Beteiligung die Beschäftigten gewinnen können, dass die Digitalisierungsprofite und die Produktivitätsgewinne auch zu sozialen Gewinnen für uns alle werden. Von daher, Kolleginnen und Kollegen, Glück auf und einen guten Verlauf der Konferenz. Vielen Dank, Eva Stasek, erste Bevollmächtigte der IG Metall hier in Braunschweig. Die Gewerkschaft, deren Gliederungen unsere Konferenz schon ganz von Anfang an unterstützt hatten, auch schon damals in Stuttgart 2013, ist ja Verdi gewesen. Seitdem hat sich viel getan, viele andere Gewerkschaften sind dazugekommen, immer waren Gliederungen von Verdi mit dabei, so auch dieses Mal der Bezirk Südost-Niedersachsen von Verdi. Und ich freue mich sehr, euch jetzt Sebastian Wertmüller ankündigen und hier begrüßen zu dürfen, den Geschäftsführer von Verdi Südost-Niedersachsen, hier direkt aus Braunschweig auch. Sebastian, herzlich willkommen. Schön, dass du hier auf der Bühne bist. Gehe ich das Mikro. Dankeschön. Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich meine, nach Evas Scham-Offensive, da geht eigentlich nichts mehr. Ich muss mal jetzt zurückgeben an die Stiftung, also, dass ihr uns die Gelegenheit gebt, diesen Diskurs hier zu führen, und zwar auch mit hoffentlich auch regionalen Wirkung. Dafür sind wir euch dankbar, das hätten wir selber nicht organisieren können. Ich werde es ein bisschen davon absehen, Verdi vor dem Bezirk vorzustellen. Wir sind der, ich sage es mal ein bisschen despektierlich, der übliche Gemischwarenladen, den Verdi aufmacht, verausmacht von dem Callcenter bis zu den Krankenhäusern, vom öffentlichen Dienst bis zum Nahverkehr und so weiter und so weiter. Das ist in so einem großen Bezirk, wie wir ihn hier haben. Bei uns passen vier IG Metall Geschäftsstellen rein. Also flächenmäßig groß. Die Zahlen hätte man auch gerne. Da ist es naturwüchsig so, dass wir im Prinzip alle Branchen bei uns vertreten haben, außer der Hafenwirtschaft. Was mir wichtiger ist, ist was anderes. Und deswegen freue ich mich auch die Gelegenheit, ein kleines Grußwort hier halten zu dürfen. Wichtiger ist mir auch, warum treibt uns das inhaltlich um? Warum haben wir uns entschieden, als Bezirk diese Veranstaltung als Kooperationspartner zu unterstützen? Wenn ich so ein bisschen zurückgucke, vor zehn Jahren war die Welt ja auch schon schlecht. Was Kapitalismus angeht, was Arbeitsbedingungen angeht, was Personalabbau angeht, Stellenabbau und so weiter und so fort. Aber vor zehn Jahren, da kannten wir Nazis. Da kannten wir aber noch keine AfD. Da kannten wir Kameradschaften, aber da kannten wir keinen Rechtspopulismus in den Parlamenten. Vor zehn Jahren kannten wir keine Pegida. Vor zehn Jahren kannten wir keine FPÖ in einer Bundesregierung in Österreich. Wir kannten keinen Salvini. Und das ist mir das Wichtige, was unsere Konferenz zum heutigen Zeitpunkt ausmacht. Und das sind die Wünsche und Hoffnungen und Erwartungen, die ich auch selber habe. Dass wir darüber sprechen, wo stehen wir heute. Und dass wir darüber sprechen und diskutieren, vielleicht auch streiten, aber zumindest diskutieren und austauschen. Was tragen wir als emanzipatorische Kräfte dieser Gesellschaft dazu bei, dass es so nicht weitergeht, wie es sich momentan entwickelt. Ich habe das eigene Stichwort genannt, Rechtspopulismus, Rechtsradikalismus. Ich kann es auch anders sagen. Das ist ein anderes Europa, in dem ein faschistischer Innenminister in Italien mitregiert. Das ist eine Veränderung der gesamten Landschaft, in der wir uns als Gewerkschaften bewegen. Und das hat nicht nur Folgen im politischen Diskurs. Das hat auch Folgen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Das kann sich jeder schon mal angucken, probehalber in Ungarn, das kann man sich angucken in Österreich, das wird man sich bald angucken können, noch massiver in Italien. Und deswegen geht es auch um einen Kampf gegen Sozialdarwinismus, geht um einen Kampf gegen eine Art des Kapitalismus, wie wir ihn die letzten Jahre in unserem Verständnis in dieser Bundesrepublik Deutschland nicht gekannt haben. Und das macht sich nicht nur fest in der Frage Umgang mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechten, es wird sich zukünftig noch mehr damit auseinandersetzen müssen, sondern es macht sich auch fest in anderen gesellschaftlichen Diskursen, die uns umtreiben. Wir als Werdis in der Gewerkschaft, das unterscheidet uns ein bisschen von der IG Metall, die einen sehr, sehr hohen Frauenanteil hat. Das heißt, die Mehrzahl unserer Mitglieder sind weiblich. Jeder rechtspopulistische Diskurs, jeder rechtsextremistische Diskurs ist frauenfeindlich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine erfolgreiche Betriebspolitik im Sinne von Gleichstellung, im Sinne von Aufwertung, im Sinne von Akzeptanz, soweit von Dienstleistungsberufen in Pflege- und Sozial- und Gesundheitsbereichen, dass es die geben kann mit einer Politik, die diese Art von Antigenderismus versucht zu proklamieren. Deswegen meine Hoffnung, jetzt höre ich aber auf mit dem inhaltlichen sozialen Referat, sorry, ich ahne schon. Meine Hoffnung heute dazu, einen Beitrag zu leisten, dass wir diese Diskussion, diese Diskurse in unseren Gewerkschaften, in unseren Organisationen, im DGB, in der Gesellschaft verstärkt wieder aufnehmen, sie führen, dass wir uns nicht nur konzentrieren auf das, was unser Kerngeschäft ist. Wir machen nicht nur Tarifarbeit und Mitgliederberatung und Betreuung und Rechtsvertretung, sondern wir sind auch eine wichtige emanzipatorische gesellschaftliche Kraft und dazu müssen wir aber auch in unseren Organisationen streiten und diskutieren. Und wie immer ist sowas auch sehr konkret, deswegen erwähne ich es ausdrücklich aus fast schon exemplarische Beispiele. Wir werden heute in den Arbeitsgruppenräumen Unterschriften sammeln, Solidaritätsunterschriften, ich kann mal wirklich exemplarisch nennen, weil sie eben gerade im Moment an uns herangetragen worden sind. Wir sammeln Unterschriften für den Kollegen Matthäus Mayer, Betriebsratsvorsitzender Lämpförde Logistik, gekündigt. Sowas kommt vor. Wir sammeln Unterschriften heute für eine Kollegin Margit Wittenzeller, Sparkasse, Regenviechtag, zeigt übrigens auch die räumliche Bandbreite dessen, was uns umtreibt. Der Arbeitgeber will sie kündigen. Ich nenne das deswegen, weil die betrieblichen Auseinandersetzungen, die wir führen, das Einforderung selbstverständlicher Rechtsansprüche, nämlich betriebliche Interessensvertretung, aktiv und offensiv zu gestalten, wird von immer mehr Arbeitgebern bestritten. Und deswegen ist auch das ein Thema Auseinandersetzung mit Arbeitgeberwillkür und Gegenwehr zu organisieren und auch eine politische Gegenwehr gegen diesen Umgang mit unseren Mitbestimmungsrechten zu organisieren, ein Teil unserer heutigen Veranstaltung. Ich hoffe, ihr diskutiert damit. So, und neben dem Dankeschön an die Stiftung sage ich noch Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, an die Kolleginnen und Kollegen hier in der Uni, die das alles hier möglich machen. Das werden andere wahrscheinlich auch noch mal sagen, ich sage es jetzt trotzdem. Danke. Vielen Dank, Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer von Verdi Südost Niedersachsen hier aus Braunschweig. Eben bekamen wir die aktuellen Zahlen von der Anmeldung hinein. Wir haben die Marke von 700 Teilnehmern durchbrochen. Das war bisher der Höhepunkt in Frankfurt gewesen. Das heißt, wir können mit Fug und Recht sagen, die diesjährige Konferenz hier in Braunschweig ist die bisher größte Streitkonferenz, die wir veranstalten durften. Schön, dass ihr alle da seid. Gleich noch eine gute Nachricht. Wir haben hier einen wirklich ganz tollen Konferenzfotografen. Und Konferenzfotografie ist eine Kunst für sich. Das muss man wirklich sagen, dass da am Ende hübsche und spannende Bilder rauskommen. Das ist der Nils Schmidt. Ihr seht ihn da hinten auch stehen an seinem Pult mit seinem Laptop und seiner Kamera. Wir haben uns das so gedacht, damit ihr die Fotos alle auch selber nutzen könnt für Twitter, Facebook, eure Freunde, Homepages, was auch immer. Ihr könnt sie alle hier unter diesem Link finden, abrufen und einfach frei und fröhlich benutzen. Gerne auch den Hashtag Streitkonferenz verwenden. Genau, also da gibt es wunderbare Fotos. Neben Gliederungen von der IG Metall und Verdi waren dieses Mal auch der DGB aus der Region Südost-Niedersachsen mit unter den Kooperationspartnern. Da hatten wir ja gestern auch schon das Grußwort von Mehrdat. Des Weiteren auch die GEW hier aus Braunschweig und außerdem die NGG hier aus Südost-Niedersachsen. Auf der letzten Konferenz in Frankfurt war es uns eine große Ehre gewesen, mit Michaela Rosenberger erstmals überhaupt eine Gewerkschaftsvorsitzende auf einer Konferenz begrüßen zu dürfen. Das war so ein bisschen, weil die Michaela offensichtlich eine Türöffnerin, weil in diesem Jahr durften wir ja mit der Marlies Thebe von der GEW gleich wieder eine Gewerkschaftsvorsitzende hier begrüßen gestern Abend. Genau, wir sind gespannt, wie sich das alles in der Zukunft weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall hat sich die NGG sehr engagiert in die Vorbereitung eingebracht. Ihr seht das auch im Programm dafür, dass es ja eher eine kleinere Gewerkschaft ist und da wirklich sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus der NGG, die sich da wiederfinden. Und ich freue mich jetzt auf das letzte Grußwort dieser heutigen Grußwort-Session, bevor wir dann mit den inhaltlichen Referaten starten, auf das Grußwort von Herbert Grimberg, dem Landesvorsitzenden des Bezirks Nord der Gewerkschaft Nahrung, Genussmittel, Gaststätten. Schön, Herbert. Ja, liebe Fanny, lieber Florian, liebe Kolleginnen und Kollegen, Grußworte soll man so lange halten, wie man auf einem Bein stehen kann. Hier ist jetzt mein Problem heute, dass ich nur fünf Minuten was sagen darf. Das schränkt das sehr ein. Ich will ein paar Kollegen von NGG entschuldigen, die morgen referiert hätten. Wir hatten gestern Tarifverhandlungen in der Obst- und Gemüseindustrie in Mecklenburg-Vorpommern. Eigentlich wollten unsere Kollegen morgen berichten über ihre Erfahrungen von vor drei Jahren. Es geht nun wieder los. Und gestern sind die Warnstreikvorbereitungen für in drei Wochen angezettelt worden. Und deshalb ist das etwas problematisch morgen mit der Teilnahme. Und ich soll die Kolleginnen und Kollegen entschuldigen. Aus unseren Kämpfen lernen, Streiks auswerten. Das ist das Thema. Und das heißt, es geht auch aus meiner Sichtweise um die Frage Demokratie und Streik. Und da gibt es ja unter anderem dieser Dauerkommentator in der Süddeutschen Zeitung, Bernd Rüters, der immer dieses Bild der gewerkschaftlichen Stabseliten zeichnet, die die Mitglieder aufhetzen und in völlig unsinnige Streiks treiben. Und letztes Jahr ist Detlef Hensche, ehemaliger Vorsitzender der IG Medien, Druck und Papier. Ich sage das deshalb, weil in der Vorbereitung der Konferenz redet man ja mit Menschen. Und dann habe ich gesagt, ich will ein Zitat von Detlef Hensche bringen. Da haben mich einzelne Jüngere angegrüßt und gesagt, wer ist das? Von daher muss ich erklären, wer letztes Jahr 80 Jahre alt geworden ist. Und Herr Detlef hat vor ein paar Jahren, ich finde, ein wunderschönes Zitat gebracht. Er hat gesagt, es ist nicht Marlein, Loderer oder Klunker oder Herb oder Steinkühler. Es sind Arbeiter und Angestellte, Tausende von Mitgliedern, die streiken und die tagtäglich die Streikbereitschaft beweisen müssen. Und nicht nur die Mitglieder, auch die Nichtorganisierten, die Unorganisierten müssen den Streikzielen der Gewerkschaften jedenfalls positiv gegenüberstehen. Sonst wird ein Streik nicht durchführbar sein, sonst wäre ein Streik nicht durchzuhalten. Und jetzt kommt das, wie ich finde, das entscheidende Zitat. Es gibt nichts Demokratisches, als eine gemeinsame Arbeitsniederlegung von der Urabstimmung mit qualifizierter Mehrheit bis zur täglichen Abstimmung am Werkstor nicht in den Betrieb zu gehen. An diesem Zitat ist historisch eines jetzt falsch. Es sind nicht mehr Loderer und Klunker, sondern heute müsste man die Namen ergänzen oder ersetzen durch Hoffmann, Sierske, Adjan und Feiger. Aber natürlich ist die Frage, es gibt nichts Demokratischeres als einen Arbeitskampf. Und dazu gehört ja auch, Arbeitskämpfe auszuwerten. Bis vor ein paar Jahren, ich fand das eine sehr schöne Tradition, auch im Sinne von Dokumentation, hat ja das IMSF jedes Jahr eine Broschüre rausgegeben, in dem tabellarisch die im rau abgefallenen Jahr stattgefundenen Arbeitskämpfe dokumentiert wurden. Mein Kollege Hans-Jürgen Hinzer, der da hinten in der Reihe sitzt und wir, wir haben auf dem Bewerbschaftstag unserer NGG im Jahre 2010 sehr leidenschaftlich dafür gekämpft, dass es eine Dokumentation aller Streiks, aller Auseinandersetzungen in der westdeutschen Ernährungsindustrie und Hotel- und Gaststättengewerbe gegeben hat. Wir haben uns letztendlich durchgesetzt gegen die Empfehlung der Antragsberatungskommission. Drei Jahre später ist diese Dokumentation entstanden, die man ja hier in diesem Raum, hört ja keiner zu, auch nennen kann, Dokumentation der Klassenkämpfe in der westdeutschen Ernährungsindustrie und Hotel- und Gaststättengewerbe. Das finde ich relativ wichtig. Ich will Ihnen ein kleines Löhnechen erzählen. Bei Wolfgang Däubler, als er noch Prof. in Bremen war, war in seinem Büro, hing an einer Pinnwand die Kopie einer Dokumentation eines der ersten Arbeitskämpfe, die unsere Gewerkschaft NGG gemacht hat. Und die war überschrieben, da müssen wir halt streiken. Also Baden-Württembergisch, glaube ich, muss ich übersetzen, aber das war für ihn auch ganz bedeutsam, das da zu haben. Und insofern sage ich, es gibt nichts Demokratisches als Arbeitskämpfe und insofern auch meine Aufforderung, bitte, mehr darf ich das nicht nennen, an die Rosa-Luxemburg-Stiftung vielleicht an diese Tradition anzuknüpfen und zu sagen, ja, wir schreiben mal jedes Jahr auf, was es an sozialen Konflikten, ich begrafe das Wort, ein zweites Mal Klassenkämpfen gegeben hat. Das könnte mindestens nicht schaden und es gibt Projekte, nicht der Rosa-Luxemburg-Stiftung, andere Projekte, wo ich mir frage, wofür braucht man das, aber das, glaube ich, bräuchte man. Insofern, mit der herzlich vorgetragenen Bitte an die Rosa-Luxemburg-Stiftung will ich Schluss machen, mich bedanken für die Durchführung der Konferenz, mich bedanken dafür, dass ich hier ein Grußwort halten dürfte und wünsche uns allen eine erfolgreiche, fruchtbare Diskussion heute und morgen. Vielen Dank. Vielen Dank.